Die Ruine Altenberg wurde um tausend errichtet, aber bereits nach weniger als hundert Jahren wieder aufgegeben. Sie wurde also nicht wie die meisten Burgen umgebaut oder verändert. Daher stellt sie ein seltenes Beispiel für eine frühe Adelsburg dar. Ringmauer, Tor und der mehrgeschossige Turm waren aus Stein, das Wohngebäude im Burghof war aus Holz. Gefunden hat man hier vor allem die liegen gelassenen Abfälle der Burgherren. Knochen von Wild, Fisch und Vögeln lassen auf einen vielfältigen Speiseplan schliessen und zeigen, dass die Herren von Altenberg privilegiert waren. Wer auf der Altenberg gewohnt hat, ist weiterhin unklar.